Willkommen auf BANDERRA, Freunde! Feierabend und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2 Da steht eine Gage Und lässt mich einfach hier zurück, während sie die Mission machen will, von der sie keine Ahnung hat Und der auch nicht Ich möchte eins klarstellen Es geht nicht mehr um PANDORA Es geht um dich und mich Ich werde nie ersetzen können, was du mir genommen hast Aber deine Kammerjäger-Freunde ermorden Diese fliegende Stadt zerstören Himmel, das wäre ein Anfang Was ich dir genommen habe, ist nicht mehr zu ersetzen Der Wille zu leben? Okay, also wir haben ihm quasi jetzt Angel genommen Und Roland Nein, also wir haben ihn Angel genommen Und er braucht eine Sirene Und er hat sich dafür das Lilith genommen Also... Böööö! Es war ein Ersatz Ja, fairer Tausch Eben Äquivalenter Tausch Naja, mehr oder weniger Hä? Ich hab nur wieder so'n Geschütz weggemacht Ah Au, 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 au Ha, 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 ha Sprengt euch selber in die Luft hier heute hier unten Ha, 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 ha Sprengt euch selber in die Luft hier heute hier unten Ha, ha, ha Eins mit Stern für mich Shit Spreng ich da halt nicht hoch Aha, da ist es ja Danke, DT DT Na hau, ich will telefonieren Hä? Genau dafür bist du jetzt verreckt Wow Mit den Spruch Das war ja also Ja 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 Ich hab die Fallerei unterbrochen, um dir zu helfen Es gibt nichts, wenn Walter mehr liebter, als einen Kopter Boombringer Wenn du ihn zerstörst, wird er so angepisst sein, dass er den Aufzug nach unten lehnt, wird uns schon wieder zu helfen Hä? Hä? Wo kurz will ich denn jetzt gestorben? Wahrscheinlich vor dem Heli? Okay Fuck Fuck Boah, Alter Ich könnte den Begriff Teamwork erfunden haben Ich könnte den Begriff Teamwork erfunden haben So Zeit für die Superroboterrandale Okay, wo sind die, wo sind... Death Trap? Hier da oben, ne? Die musst du angreifen, ne? Ja Keine Ahnung, was ich da gerade gesagt hab, aber... Aber wird schon stimmen Genau Alter, warum guckt das ständig? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Wup, 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 wup Äh... Wup, 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 wup Äh... Wo bist er, wo bist er... Hä? Wo bist du? Ach da! Oh Gott! Hat er gerade Arschkissig genannt? Weiß ich nicht Diese Kopter Die sind echt nervig Ja komm, 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 komm Komm, ein... Den einen Kopter kriegst du wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich Ich heff trotzdem mal Oh, dann... Ich hoffe, der hat sich dann auch gelöst Gut Sanofar, Matamonkey Fuck Fuck Ja Jawoll, jetzt krieg ich dich Genau wie dich What's? So... Hammers Alter, gehen wir hier auf den Sack Oh, jei, jei Also, Helis sind echt scheiße Mhm So... Du guck da mal auf... auf die... Dings Auf die was? Guck da mal hin, genau Spreng den Boombringer in tausend Stücke Mortar wird toben, wenn sein Kopter in die Luft fliegt Und wird mit dem Lift runterkommen, um zu kämpfen Oh Und wenn du Boombringer sprengst, zieh nicht in die Explosion Geh einfach weg Du wirst aussehen wie ein Badass Warte, das nehm ich auf Warte, scheiße, scheiße, ich mach das scheiße jetzt, wir holen So... Jetzt Okay, lauf weg Dieser Slap hat meinen Kopter hochgejagt, ohne überhaupt auf die Explosion zu sehen Aber ich... ich hab keine Angst Ich komm runter und dann... ...störst du Klingt, als könntest du jetzt den Lift nehmen Du kannst Motor beim Rauffahren gerne killen Die Waffe hat zwar einen zu krassen Zoom gehabt, dass ich die Explosion nicht mehr mit drauf hatte Aber du bist halt wie ein Badass weggegangen davon Weißt du was noch garer gewesen wäre? Wenn ich halt diese... diese... äh... Bane Knarre hätte Wo man ja so eine Zeitgruppe läuft Die hast du nicht mehr? Doch, die hab ich schon, aber die hab ich ausgerüstet gehabt Ooooooh... Verpasste Chancen Naja, beim nächsten Mal Gab's dafür ne Ohrenschaft? Nö, aber nur extra Punkte Oh Mäh 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 Gott sieht das lustig aus, ey Wo ist er denn? Der haut schon wieder ab Ohne Miiiich Hm? Ding, das sie getötet hat, Rache zu schwören Außer es handelt sich um ein unbelebtes... Sehen war's genauso blöd wie ich Oh! Bist auch runtergefallen Ich bin... hab die Sprung nicht ganz geschafft, ja Äh... ich hab ähm... ja Die Sprung nicht mal gewagt? Ich hab nicht mal gewusst, dass da ein Abgrund ist Ich dachte so, ach ja, und dann war die Lücke doch ein bisschen größer als ich gedacht hab Mhm 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 Ah 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 du sagst das mädel immer feste drauf ach nö so habt ihr erstmal die fiecher hier weg so wo ist der Copter ach da ist der Copter und da fällt der Copter noch mehr ach nö da funktioniert das ja starte den Generator wenn du so weit bist ob du es glaubst oder nicht nachdem Roland mich aus Sanctuary geworfen hat wollte ich mich den Swordturf Banditen anschließen dafür haben sie mir eine Kugel in den Bauch gejagt böser Fehler das dürfen nur meine Freunde ach die Callbacks so jetzt alles klar so den Einhell kriegen wir auch noch ach ich hab schon eine Munition für nicht ob der mal ein bisschen davon höflich mehr Abstand gehört ähm Mistpisser da bist er ich will nur mal einen Generator anwerfen weiß bleib bei dem Generator bis die Flagge ganz oben ist Zeit der Slap will unsere Flagge einholen kümmert euch drum Nummer 5 lebt ach hier ist eine Luftkiste hm oh ja komm komm so huch hoppala oh Gott oh nö 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 fuck ich bin gearscht du bist ne geile Maschine wieso ich sitz schon wieder irgendwo fest oder vielleicht komm ich da irgendwo du nee fuck Stückchen da links raus ich kann mich komm überhaupt nicht ich lieg so rechts hm 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 na klar doch kommt nochmal rum Ja, bei mir ist gerade sehr doof. Ich entschuldige mich dafür. Wie viele von euch sind denn da? Ha, okay, ha, ich bin frei. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, geht doch. Na komm, wo bist du? Krieg ich dich? Nee. Doch, hab ich dich gekriegt. Sauber. Ach, nö. Jetzt wird's lustig. So. Ach, nee, noch einer. Ich hab was geschah. Oder doch nicht. Geiles Team. Geiles Team. Also. Oh, da endlich die Ridio. Der fehlt mir jetzt. Oh, da kommt immer noch welche. Was? Immer wenn ich's brauche, ist die Munition alle. Ach, nein, immer nachladen. So sehr, muss nachladen. Ja. Oder das schon macht einfach den ganzen Rest. Ach, leck mich doch. Mist. Natürlich lädst du jetzt nahe, wo ich gerade einen richtig sauberen Schuss hatte. Was ist das jetzt? Das ist gut. Quach, du hast es geschafft. Jetzt trenn den Generator. Ah, also. Kein schlechter Anfang. Puh. Äh, hä? Okay. Okay, ist er hier? Ach, okay. Entschuldigung, der hier. So. So, geht hier. Ja. Okay. So. So. Ich bin schon tot. F-Trip war schneller. Tja. Bup, 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 bup. Du bist ne Arschloch. Ey, hallo? Was ist dir wichtiger? So ein scheiß Erfolg oder dass ich noch lebe? Ja. So. Komm. Tssst. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, hier. Zack. Kai's Corner. Achso, dann hat er gesagt, ich schloch gut mit der Sniper hier. Treue Hörer. Ich werde die Galaxie retten. Bewaffne mit dem fieschen Verwüster, der mir vom weisen Seer Markus übereignet wurde. Werde ich in Terz von Thrautooth-Korden vordrängen und es vom Bösen befreien. Ich wusste immer, dass ich zu hören bestimmt bin. Ich wusste nur gehen und mich meinem Fick schall stellen. Liebe Hörer, für Gerechtigkeit, für Ruhm, für Moxie. Attacke! Ich bin gespannt, ob, ob der es geschafft hat, die Welt zu retten. Du hast dich ernsthaft auf die Firemännern geschossen? Nein. Dann bist du draufgesprungen. Nein. Jetzt gehen wir aus dem Weg, damit wir hier weg können. Okay. Okay. Jetzt ist Anarchie angesagt. Wir sind nicht dran. Wir sind nicht dran. Wir sind nicht dran. Wir sind nicht dran. Die Uhr muss auch hier sein. Was will? Okay. Höchst du auf. Schmerz. Wir sind nicht dran. Okay. Ich bin dran. Ich bin dran. Okay. Okay. Scheinbar werde ich doch ein bisschen besser mit der Knarre. Hm-hm. Es ist ein guter Tag. Voll deine Möglichkeiten. Hä? Mortar, der kam dem Faschel runter. Boah, die Sau, die Arabische. Alles klar, Arschloch. Ja, ich bin tot. Jupp, der ist ein Arschloch. Bin schon platt. Lass dich blicken, Mann. Arschloch. Von ihrer Reise ins Unbekannte landen. Also eher nicht nur. Ach, da ist der. Boah, Alter. Alter. Nur weil wir seinen Lieblingshelikopter zerschossen haben, weißt du. Na warte. Na warte. Komm her. Komm her. Die schalte ich aus mit dem Schock. Denken Sie nicht daran. Oder nicht. Das ist der beste Slip aller Zeiten. Wäh. Und schon wie habt ihr das Gefühl, hier fickt mir irgendwas nach Hals hier. Mann. Wäh. Wäh. Okay, 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 äh, jetzt sag ich dir, wenn du mit Part 3 durch bist, muss ich dir was ganz, 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 ganz Gutes. Naja, lass zeigen. So, Lift benutzen. Mhm. Hihihi. Ich bin mal Snipern dann. Ich will mal ein paar Bomben anbringen. Ja. Ja. Natürlich kann man die Dinger nicht gleich sofort abschießen, wenn sie spawnen. So ist's gut, Junge. Luft, wo heiß. Mann, warum geben die Kerle nicht auf? Du hast doch schon ihren Bass umgelegt. Respekt für den Robots. So, komm her. Ups. Ach nee, das bist du gar nicht. Wie will ich denn das auch sein? Ich dachte, das sind nur Helis. Habt ihr so einen kleinen Knopf gesehen, der da so auf den Boden kauert? Habt ihr gedacht, das wärst du? Äh, ja, hätte ich mal die Fresse gehalten. Ach. Das war knapp. So. Nice. Jetzt markierst du die Kisten zur Abholung. Dann werden meine Jungs zu holen kommen. Sie brauchen die Sprengladung, um den Weg zur Infostockette freizusprengen. Das gibt Mordsrubs. Das gibt Mordsrubs. Das gibt Mordsrubs. Und hopp. So, gibt's hier oben noch was? Nö. Slaps sind im Anflug und hol die Fracht ab. Fuck. Slaps forever. Ja, Slaps forever. Oh, das ist so lustig gewesen, wer mich. Hätt ich jetzt mitgenommen, bitte? Ja. Slaps sind im Anflug. Mhm. Mann, oh, ich wollte doch einen Freiflug. Ah, nix funktioniert ja auch in diesem Spiel. Ich bin kleiner. Mich nehmen sie mit. Na, wo kommt er? Ah, da. Moin. Shit. Okay. Geht klar. Wir müssen ja eh noch Dings finden. Kai. Ach ja. Hm, ist das? Oh. Oh. Heiliger Skatelutscher, du hast Sieg gekämpft. Wieso steht auf deinem Helm Null? Er war nur ein Ficht. Keine Herausforderung. Ich brauche viel mehr. Ähm, äh, es gibt da ziemlich gefährliche Banditenclans. Nein. Die Kreaturen in dieser Gegend sind... Nein. Ähm, die, äh, die Kammer? Sprich weiter. Äh, Alienkräfte, viele Gefahren, eine echte Herausforderung. Gewaltig. Das klingt interessant. Die Kammer, ein Masterwerk. Es soll sich weisen. Wo du recht hast, hast du recht, Angel. Ich denke, diese Zero ist genau richtig. Jo, du hast dein letztes Echo-Lock gefunden. Oh. Naja. Den Rest können wir uns dann denken, ne? So, hier müssen wir dann hier runter, ne? Jo, guck mich an, während ich mit dir hier runter springe. Drei, zwei, eins, jump. Slug, bist du, bist du gerade aus dem Kropternest gesprungen? Gott, verflucht, machst du mich stolz? Na gut, dann gehen wir noch ne Leiche aufsammeln. Okay. Oder eine Machen, je nachdem. Je nachdem, was dir auskommt. Mach du mal. Ich hänge hier fest. Geht euch nur die ganze Ausrüstung an. Huh. Verpiss dich. Ach doch, gewesen. Du kannst sagen, jetzt teile ich ja die Chicksal von vorhin. Schön, dass du beim Nachladen stehen bleibst, so Idiot. Geil. Und sowas kriegt im Wissenschaft- und Technikwettbewerb nur den dritten Preis? Pff. Boah, du Scheiß-Wobbeloch. Boah, du Scheiß-Wobbeloch. Boah, du Scheiß-Wobbeloch. Boah. So. Hehehe, hat mir so getan. Well. Hm. Das ist das Geld, das du für Marcus beschaffen solltest. Neun Dollar. Was krieg ich dafür? Seine Anerkennung? Ey, Kai. Geh dich in die Ecke setzen. Ja. Du wirst niemals so cool sein, wie Kai Taschner, der Handsome Jack in Borderlands 2 spricht. Ja, warte mal. Wir müssen immer noch hier was machen. Ja. Cool, wir sind sogar schon am richtigen Ort. Nice. Peace. Hey, Kai Taschner! Ich mach' ich mal! Heilige Mutter! Aaaaaah! 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 Das wirst du schwerstens bereuen! Das war der Fluch! Versacher! Faaaaaaack! Ja, ähm, Freundchen! Oh! Ja, aber ich bin ja auch grad fast gestorben! Wegen dir hab' ich gerade mit dem Gefall heraufgehört! Du hast mich grad so'n bisschen um mich selbst gewandt! Ego-Schwein! Ja, als hätt' ich dir nicht geholfen! Huch, hä? Nimm dir den Generator vor! Dann zeigen wir diesen Short durch Bastaten, wer hier da sagen wird! Kommt denn der her?! Aus dem Dorf wahrscheinlich! Na dann! Jo, Gönnung! Bleib bei dem Generator, bis die Flagge ganz oben ist, Slab! Zeig dem Slab, was die Sorge tut! Lass los weg! Ah, hier we go again! Uh, hier we go again! Das war ja jetzt! Hm, da kommt bestimmt noch was! Wisch das ein? Hoffe ich doch! Und sonst so? Ja! Ganz okay! Hast du heute so schönes gemacht? Oh, ich hab' ein paar Flaggen gehisst! Ich hab' Daftrap beim im Boden versinken vor Scham zugesehen! Äh, sehr süß! Ich bin von da oben runter gesprungen! Echt? Oh, ich auch! Cool! Geil! Immer wieder ein Erlebnis! Mhm! Frick sagte, er wäre stolz auf mich! Hey, auf mich hat er das auch gesagt! Nice! Jetzt auf uns beide stolz! High Five! High Five! Oh, ein Feind! Hat auch nur ne Tonne! Attach... ... ... ... ... ... ... Weig! Pas, tu le pisse! Du hast die Flagge gehisst! Jetzt zerstöre den Generator! Der Generator wurde getroffen! Ich sette ihn! Hä? Wofür? Was ist das Ding? Warte mal! Stell dich mal mit hier hin! Ich weiß was passiert, das ist ein Geysir! Ich weiß! Das ist lustig! Hi! Hi! Mal ein Gespräch auf Augenhöhe, ja? Mhm! Ah, sah das geil aus! Wie bist du mit in der Luft deine Beine so drrrrrr? Wir sind im schlechten Cartoon! Okay... Was haben wir hier noch? Äh... Ja, das war es soweit! Wir können nach... Nach Haus? In die Sanctuary und in die... Highlands zurück, aber... Können wir auch nächste Folge machen... So schnell geht's auch wieder noch... Warte mal, wir kommen jetzt am schnellsten wieder nach da oben... Halt's Maul Goliath! Halt's Maul Goliath... Nein, wirst du nicht. Oh Gott. Ihhh. Naja, reißt du mal Stücke. Lass das. Das wird nicht alt. Vor allem, sie sagt doch auch wirklich ständig. Bist du hier dann? Ja. Ja, ja. So ungefähr jedenfalls. Okay. Ziemlich nah am Ausgang. Wir könnten ja auch, wenn wir später nochmal hierher kommen, können wir nochmal nach dem Kletter, das neben ist. Aber jetzt erst mal die Däch hier. Jo. Haben wir uns lang genug hier aufgehalten. War eine schöne Reihe an Missionen für Brick. Jep. Und es war schön. Er war so stolz auf uns. Die paar Minuten haben wir jetzt noch. Das ist jetzt die Überlänge, die wieder Luxus ist. Jep. Außerdem habe ich gerade, äh, habe ich was für Macromancer gefunden, wegen Skin-Anpassung und so. Ah ja, das wolltest du mir ja zeigen. Jep. So. War das ein Kopf? Äh, nee, das war dieser komische Ding da. Ähm. Oh Gott. Nein, der war es nicht. Kirschbaum. Hm. Ja. Hm, doch, ja. So, was habe ich hier? Popelsuppe? Bäh. Ähm, bitte schnell. Dreckens. 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 Zumindest nicht für mich. Ich hätte noch einen Kopf für einen Psycho gefunden. Ach so. Ja. Sehr gut. Der Krieg ist ja jetzt nicht da. Hast du gehört? Roland ist tot. Ja, ich hab's gehört. Roland ist tot. Get used to it. Mein Gott. Er ist dead and never coming back. Okay. Won't be miss. Mm-hmm. Sorry wegen Bloodwing, Marty. Danke. Freut mich, dass du das sagst. Wenn's dich tröstet. Jack hat mein Hund viel langsamer getötet als Bloodwing. Okay. Freut mich, dass du das sagst, aber das erfreut mich eher weniger. Ja. Hey Brick. Hey Brick. 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 Hi Brick. Super Slap. Slap. Ich wünschte ich hätte mehr Krieger wie dich. Unter uns. Den Rest von den Slaps kannst du völlig vergessen. Hey Brick. Hey Brick. Hey Brick. 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 Gut gemacht. Ein Gewinn. Idiot. Hab ich das auch gekriegt? Ja. Ernest die Evil Smasher. Ich hab den Thick Evil Smasher. Das Böse wird zermatscht. Übel zermatscht. Matsch arg. Hier guck mal noch ein Skin. Hinter dir. Für den ganzen... Ja, Jacob Samuel, ja. Guck wir sonst. Naja. Bis bald, mein Freund. Wenn du anders einkaufst... Ich kann nicht, ob der Evil Smasher irgendwie gut ist, aber... Wenn du leben willst, kauf bei mir. Hm, 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 hm. Nee. Gute Evil Smasher, hab ich das Gefühl. Ja, der Typ ist tot, ja. Du kannst gucken, wie du willst. Der Typ ist tot. Das eigentlich, was wir so noch abgehen können, ist in den Highland. Ich geh nochmal schnell bei Dr. Z gucken und dann... Ja, hm. Machen wir endgültig Feierabend, weil... Die Überlänge ist... Ja. Ja. So. Tja, da würde ich mal sagen, wir enden nochmal die Folge, ne? Jo. So. Alles klar. Dann hoffe ich, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir. Ben... Was war das denn? Da war eine Mücke. Ah, na dann. So. Tja, da bedanken wir uns fürs Zusehen und hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal bei Borderlands 2. Tschüss. 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 Mücke! Tschüss. 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 Tschüss.